Dr. Jürgen Böhme ist Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie und seit 2003 mit einer eigenen Praxis für Gefäßchirurgie in Lüneburg ansässig. Patienten mit Erkrankungen der Blut- und Lymphgefäße werden nach modernsten Behandlungsmethoden schonend und schmerzamt diagnostiziert und behandelt. Was sind Ihre Spezialgebiete? Wir haben uns auf die operative Behandlung von Krampfadeln spezialisiert und führen diese im Ambulant durch und versuchen unseren Patienten immer die modernsten Verfahren anzubieten. Also die Hauptarbeit, die wir leisten, besteht in der Behandlung der Patienten mit einem neumodischen Laserverfahren. Und begleitend zu diesem Laserverfahren führen wir fast alle anderen Behandlungsmöglichkeiten für Krampfadeln durch. Wir veröden flüssig oder auch mit Schaum und wir entfernen auch sichtbare Krampfadern manchmal mit einigen kleinsten Schnitten. Bei welchen Anzeichen und Symptomen empfehlen Sie Patienten, sich bei einem Phlebologen vorzustellen? Das ist relativ einfach. Wir unterscheiden zwischen Ihren Beschwerden. Also sollten Sie merken, dass Ihre Beine schwer werden oder Sie eine Schwellenärmung verspüren, sollten Sie sich untersuchen lassen. Oder bei ausgeprägten, sichtbaren Krampfadern. Ohne eine Ultraschalluntersuchung durch einen Gefäßarzt können Sie das Ausmaß der Krampfadererkrankung nicht abschätzen. Häufig liegt diese im Verborgenen. Wie muss man sich den Ablauf einer ambulanten Behandlung vorstellen? Und wo liegen auch heute die Vorteile in Zeiten von Corona? Die ambulante Behandlung für eine Venenbehandlung mithilfe eines Radiallasers in lokaler Betäubung bedeutet bei uns ungefähr einen Aufenthalt von anderthalb Stunden in der Einrichtung. Anschließend können die Patienten problemlos wieder nach Hause. Viele Patienten fallen dadurch nicht aus. Viele ältere Patienten oder auch sehr übergewichtige Patienten müssen dadurch nicht in ein Krankenhaus, sondern können sich anschließend nach der Operation sofort wieder bewegen. Sie führen in der Praxis für Gefäßchirurgie in Lüneburg schonende Krampfaderbehandlungen nach den aktuellen Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften durch. Was sagen diese zur Lasertherapie? Die Lasertherapie wird in den Leitlinien ausdrücklich empfohlen und man soll diese Behandlung dem Patienten anraten, durchführen zu lassen vor einer anderen Behandlung wie zum Beispiel operativer stationärer Behandlung im Krankenhaus oder einer Schaumsklerisierung von Stammvenen. Was waren die Gründe für diese gute Bewertung des Laserverfahrens? Die Leitlinien basieren auf der Untersuchung vieler, vieler Patienten, die behandelt worden sind und die Datenlage mittlerweile ist dafür exzellent. Das heißt, dass die Ergebnisse der Patienten, die mit dem Laser behandelt worden sind, hervorragend sind. Die Rezidivrate ist sehr, sehr gering. Das heißt, nach solch einer Behandlung entstehen wenig neue Krampfadern, sofern sie von einem Spezialisten durchgeführt werden. Auch hier gilt, wie bei allen anderen chirurgischen Fächern, dass die Erfahrung des Arztes eine entscheidende Rolle spielt bei der Anwendung von den modernen radialen Laserverfahren. Sie führen Cross-Sectomien mit Laser durch. Es wird ja gerne behauptet, dass eine Cross-Sectomie nur im Zusammenhang mit klassischem Stripping durchgeführt werden kann. Hat eine Laser-Cross-Sectomie dieselbe Qualität wie eine klassische Cross-Sectomie? Das ist auf jeden Fall mit Ja zu beantworten, aber dafür bedarf es einer gewissen Expertise. Und mithilfe eines hochmodernen Laser-Katheters wie mit dem Radial-Laser-Katheter BioLitec ist es uns möglich, so genau im Gefäßsystem zu arbeiten und sogenannte accessorische Äste mit zu verschließen, dass wir anschließend das Ergebnis wie bei einer offenen Cross-Sectomie haben, allerdings ohne einen Schnitt durchgeführt zu haben. Und das ist mittlerweile ein Standard geworden, der auf sämtlichen Kongressen auf der Welt so gelehrt wird. Sie behandeln mit Laser auch belassene Venenstümpfe nach Stripping-Operationen. Ist danach die Gefahr, dass sich an dieser bestimmten Stelle wieder Krampfadern bilden, ein für allemal gebannt? Nein, sondern man muss diese Patienten, wie auch alle anderen Venenpatienten, regelmäßig untersuchen. Allerdings empfehlen wir nicht mehr jährliche Kontrollen, sondern nach solch einer Behandlung und der Dokumentation des postoperativen Ergebnisses in einer gewissen Zeit nach der Operation, sich dann wieder vorzustellen, wenn sich neue Krampfadern bilden. Man geht davon aus, dass nach sieben Jahren auch bei einer offenen Operation sich erneute Krampfadern bilden können. Wie ist der aktuelle Stand bei der Kostenübernahme für Patienten durch die Krankenkassen? Übernehmen inzwischen mehr Krankenkassen die Kosten als vor ein paar Jahren? Auch das ist der Fall. Es ist eine sehr positive Entwicklung in Deutschland, dass über sogenannte Managementgesellschaften gebündelt mehrere Krankenkassen an solchen Integrationsverträgen teilnehmen. Allerdings wird mittlerweile, und das ist sicherlich für die Patienten sehr gut, auf Qualität geachtet. Und die sogenannten Venenkompetenzzentrum plus der Deutschen Gesellschaft für Phlebiologie weisen eben nach, dass der Anwender die genötige Expertise hat, um diese Behandlung erfolgreich durchführen zu können. Es sind noch nicht alle Krankenkassen in Deutschland im Rahmen dieser Verträge dabei, aber in unserer Einrichtung können wir über 75 Prozent der Krankenkassen anbieten.